Nicht wegfliegen. Ja. Lade nach, Musi. Komm, schneller. Warum Mission Fail? Warum? Warum? Warum Mission Fail? Warum Mission Fail? Warum Mission Fail? Ganz ehrlich mal, warum? Was habe ich? Ich verreck hier. Ja, ist ja gut. Das darf ja nicht wahr sein. Das darf ja nicht wahr sein. Warum ich... Schnauze, halt dein Maul, du Wichser. Schnauze. Panzerfaust aus dem Dach. Finanze. Gut, so, jetzt passt es sich auf, dass keine Rakete den Dinges trifft. Ah, da kommt der zu. Der ist tot. Noch mehr Männer von rechts, kommt hierher. Ich warte jetzt, bis die aufirbt. Nein. Panzerfaust auf dem Dach. Bleib beim Satelliten. Erlädt die Bastale bevor sie ihn treffen. Ja, ja. Oh. Und wo? Wo schießt denn einer? Können wir auch mal gehen? Voll. Verdammt. Wenn wir das Ding verlieren, sind wir geliefert. Erzähl mal von wo die schießen. Ja. 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 Schwör. Ich bin blind. Ah. Fuck. Lad nach. Ja. Komm. Nein. Nur den Schuss Raketenwerfer. Lad nach. Komm. 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 Noch ein Treffer. Oh. Gut. Der Helikopter ist down. Ich glaube, ich muss mich setzen. Oh. Geschafft. Endlich. Oh. 19 Minuten verplempert. Hat. Vomöx. Zack. Ich und der Idiot? Och. Nein. Ah. Fuck. Ich bin gleich wieder da. Er schießt mich nicht. Voll die Waffe hat er durchgebackt. Lol, der ganze Typ hat er durchgebackt. Aber auch egal. Was ist das? Ich sehe kaum was. Jetzt bin ich hier mitten im Nirgendwo. Steil auf dem Berg. Ich habe Leuchtkörper für euch abgeworfen. Hoffel, es hilft. Oh. Hier, bravo to Actual. Wo bist du? Wir suchen nach Haggard. Flint antwortet nicht. Wenn du mich hören kannst, du musst schleunigst in Deckung gehen. Auf dem ganzen verdammten Berg will ich von Russen nach uns suchen. Einige davon haben sich sogar versteckt. Versuch dich an dem Feuerchen zu wärmen und komm dann schnell nach. Da draußen wirst du nicht lange durchhalten. Halt die Ohren steif. Okay. Weiter. Nein. Nein. Wo? Oh. Nein. Ich will nicht erfrieren. Wo? Wo? Ach, keine Muni. Ja. Ich bin auch kaum. Fuck. Jetzt ist die Chance. Keine Ahnung, was du das hörst, Mardo, aber wenn du überleben willst, mach Feuer! Jetzt zieh runter. Oh ja, da, die A12. Ja, ist gut. Ja, ja, ja. Leck mich. Komm, Marina. Das ist ein blödes Geriss hier. Also nicht. Keine Ahnung, was du das hörst, Mardo, aber wenn du überleben willst, such dir Waffen Fettges. Mach Feuer! Komm! Wir suchen immer noch nach den Amerikanern, seid wachsam! Verdammt! Fuck, ich will dir sie erst sehen. Ja, von hinten, alles klar! Au! Bleib mal locker! Big Scope! Ja, ja, ja! Cool bleiben! Feuer wärmig! Fuck! Alter, von allen Seiten! Was ist das denn? Was für ne Giraffe? Ja, da? Ja, schlau! Okay. Okay. Go. Ja. 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 Ja! Ja. Boah! Ach! Fuck you! man schneller ach von hier hinten leck mich fuck ja hat ich hier ja genau ich will nicht hoch ganz nah daran zu verrecken ganz ehrlich nehmen wir mal hier so eine Schnellschusswaffe hier war sowieso so ein Munitions-Spec komme ich viel besser mit Klar als in so einer Schuffrinter denn auf Distanz kann ich nicht immer mit der Snava schießen ja 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 hier und hier Ich werde mal auf alles hier zu bombardieren, stopp! Alter, mein Trommelfeld. Was zum... Au! Alter! Freck hier noch! Was soll das denn? Wo zum Trommelf muss ich überhaupt hin? Stopp! Alter!